Hallo meine Freunde, kurz meine Freunde, Flizzy erzählt die Story hinter der Ohrfeige. Er meinte, die haben deren schon so Party gemacht und irgendwann wurde der Ronny halt ein bisschen frech und dann kam es halt mal zu Auseinandersetzungen, wo er sich mit dem Flizzy betteln wollte, wer mehr Geld macht. Verdammt nochmal Ron, du bist ja in ein oder zwei Jahren im Game, wo du relatives Geld verdienst. Ein Flizzy ist schon keine Ahnung wie viele Jahre, 20 Jahre im Game, der macht viel mehr Geld als du. Kommt der dir so arrogant, ich bin der Geldste ever? Nein. Also komm mal klar Ron, diese Mentalität wird dich irgendwann ins Grab bringen, ich bin der Geilste, die ich so vormeist. Nein, komm mal klar, lebe deinen Lifestyle, ernähr dich gesund, trink mal weniger Alkohol, lass die Tornados sein, genieß jetzt den Heilblick, ein bisschen Geld zur Seite, nicht 5000 Euro versaufen. Bisschen clean werden, bisschen entspannen, bisschen mal den Respekt an den Leuten wieder lernen, dann klappt das auch wieder. Aber wenn du dich so unsympathisch gibst, echt nicht, schön Mann. Okay meine Freunde, es ist fast wie die Filme, boos, abonnieren gleich nicht, fix meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde.